Viele von Ihnen stellen die Frage, ja, reicht das denn, was ich da gerade lerne? Ist das genug? Und diese Frage zu stellen, macht manchmal Sinn und manchmal auch nicht. Und ich möchte Ihnen jetzt erklären, wann sie Sinn macht und wann nicht. Nämlich, wenn Sie noch viel Zeit haben vor der Prüfung, und das kann jetzt auch etwas verschieden sein, je nachdem, wie viel Zeit Sie denn investieren. Also wenn Sie quasi Vollzeit lernen, dann würde ich sagen, viel Zeit vor der Prüfung ist zwei Monate vor der Prüfung. Dann kann man irgendwie noch ganz viel beeinflussen. Aber wenn Sie Vollzeit arbeiten und Familie haben und so weiter, dann ist vielleicht viel Zeit vor der Prüfung vier bis sechs Monate. Und in solchen Fällen können Sie die Frage stellen, dann ist die Frage sinnvoll, weil Sie natürlich auch, wenn Sie die Frage beantwortet haben, ja, dann auch was verändern müssen. Also was ist die Konsequenz der Frage? Wenn die Antwort auf die Frage keine Konsequenz mehr hat, dann braucht man die Frage nicht stellen. So ähnlich wie mit Diagnostik. Ja, man macht keine Diagnostik, die keine Konsequenz hat. Und wenn Sie noch relativ viel Zeit vor der Prüfung haben und dann die Antwort auf die Frage ist, ich muss doch tiefer lernen dieses oder jenes Fachgebiet, dann heißt das, Sie können noch was verändern. Dann können Sie noch tiefer lernen und Sie haben die zeitliche Ressource. Aber wenn Sie die Prüfung schon in wenigen Wochen haben, ist diese Frage nicht mehr sinnvoll zu stellen, weil was wäre denn die Konsequenz? Also wenn man mir diese Frage stellt zwei, drei Wochen vor der Prüfung, dann sage ich immer, ja gut, was wäre jetzt die Konsequenz auf diese Frage? Reicht das? In der letzten Phase vor der Prüfung ist viel wichtiger, dass man die richtigen Prioritäten setzt, dass man das Häufige und Wichtige lernt und im Kopf und im Gedächtnis behält. Das ist viel wichtiger. Die Antwort auf die Frage, reicht das? Die ist häufig möglicherweise nicht. Aber was wäre die Alternative? Ja, denn umso tiefer man geht mit dem Lernen, umso mehr Wissen wird es. In allen Themen und allen Fachbereichen. Sie können ja nicht einfach nur sagen, ach, ich gehe mal hier tief und nur mal da tief. In der Regel bedeutet das, okay, ich müsste eigentlich überall tiefer gehen. Außer natürlich, Sie kennen ganz bestimmte Präferenzen Ihrer Prüfer, auf die Sie sich verlassen können. Und das hat man heute in der Regel nicht mehr. Das heißt, die Frage, reicht das? Sollten Sie ganz am Anfang mal stellen, dass Sie überlegen, was ist denn mein Lernmaterial? Und dann gibt es natürlich auch die umgekehrte Antwort auf die Frage, nämlich nicht nur, es reicht, sondern es ist vielleicht auch zu viel. Und das ist das, was ich in der Regel zu Amboss sage. Das ist meine persönliche Meinung, dass Amboss ein brillantes Produkt ist, um eine Referenz zu sein, ein Nachschlagewerk, insbesondere dann für die Kliniken, das werden Sie alle verwenden oder zumindest teilweise. Aber zur Vorbereitung auf eine Prüfung, insbesondere für die Nichtmuttersprachler, halte ich es nicht für optimal. Das ist meine Meinung und führt zu bestimmten klassischen Problemen, die ich auch in anderen Videos bespreche. Aber jetzt zurück zu dieser Frage. Reicht das? Stellen Sie diese Frage mal nicht zu früh, weil Sie müssen überhaupt erst mal durch die wichtigen Dinge durch sein. Manchmal, wenn man mir die Frage stellt, ja reicht das denn? Ist meine Antwort so innerlich, naja, lernen Sie erst mal das, was Sie lernen müssen, die wichtigen Dinge, rote Ausrufezeichen in der Kenntnisprüfung, und schauen wir mal, ob Sie dann noch Platz im Kopf haben. Also, das ist, glaube ich, in der Regel Ihr letztes Problem. Dieses reicht das. Sondern das eigentliche Challenge ist, gut zu fokussieren, die klinisch häufigen und wichtigen Dinge gut zu lernen, die im Kopf zu haben, spontan unter Stress abrufen können, weil Lesen und Abrufen und Produzieren sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und so würde ich empfehlen, dass Sie mit dieser Frage, reicht das, umgehen? Manchmal macht sie Sinn, manchmal auch überhaupt nicht. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei Ihrer Vorbereitung.